Noch kurz bevor das Studio beginnt, möchte ich euch heute mal zeigen, wie ihr beim Loot Boy Premium Packs öffnen könnt, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Ja, mega geil, wie Loot Boy funktioniert, sparen wir uns mal heute und gehen direkt auf das Diamanten Feature ein. Ich werde gleich auch wieder so 10-20 Packs ziehen, um mir die neuen Skins und V-Bucks für die Szenen zu sichern. Checkt auch auf jeden Fall mal das neue Diamanten Feature ab, da könnt ihr euch hier Mobile-Spieler runterladen und Diamanten sammeln, ganz einfach. Und habt ihr dann genug Diamanten am Start, könnt ihr dann die Premium Packs im Wert von 99 Cent kostenlos aufreißen. Aber ja, dieses Feature stelle ich euch eventuell beim nächsten Mal vor. Achso, über den Code Season10 Start bekommt ihr 20 Diamanten, sprich 20 Cent und 2000 Loot Coins dazu. Code könnt ihr ganz einfach unter Einstellungen direkt nach dem Anmelden einlösen. Aber ganz wichtig, alle die iOS benutzen, müssen das über die Webseite machen. Also ich habe auch iOS, deshalb muss ich den Code über die Webseite machen. Also, hier das PlayStation-Paket. Ah, ich kann direkt 10 holen. Ah, dann mache ich das. 1000 Diamanten, okay, jetzt holen. Diamanten einlösen. 10 Diamanten, okay. Und die Premium-Karte. Street Fighter. Okay, nice. So, und die Premium-Karte. Was? Rocket League? Alter, geil. So, nächstes Pack. Okay, Premium-Karte. Okay. So, Premium-Karte. Counter-Attack-Skin. Warte, welcher Skin ist das? Und 2000 V-Bucks. Warte, was? Ich habe schon fast vergessen, nachdem man 10 Premium-Packs geöffnet hat, bekommt man noch ein Überraschungspaket. Da kann Steam-Guthaben, Skins, V-Bucks, alles drin sein. Also, hier Gold Rush. Öffnen. Und. Also, jetzt 10 Diamanten, 850 Loot-Coins. Die goldene Karte, The Whispered World Special Edition. Also, immer im Gold Rush-Paket. Immer die goldene Karte. Ist eine PC-Voll-Version für Steam. Ja, wie schon gesagt, vergesst auf jeden Fall nicht den Code Season 10 Start. Und der Link zu Loot Boy ist auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Okay, heute habe ich mir auf jeden Fall gedacht, ich spiele mal auf anderen Servern. Und schau mal, wie die Spieler da so spielen. So, Asien. Also, ich denke mal, es wird unmöglich sein, da zu spielen. Weil ich habe da, glaube ich, eine 200er, 300er Ping. Aber ja, ich versuche auf jeden Fall auch, den einen oder anderen Kill zu machen. Und irgendwann, wenn ich tot bin, schaue ich dann einfach mal den Leuten dazu. Dann ist hier noch der neue Shop. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten meinen Creator-Code eintragt. ArianeFN, dann annehmen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr es auch gerne tun, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. So, 250er Ping. Äh, das Spiel läuft auf jeden Fall flüssig. Alles baut erst zwei Sekunden später. Ey, ist ja so schlimm. Okay, editieren und so geht auf jeden Fall gar nicht. So, ich würde sagen, die meisten guten landen bestimmt Tilted. Dann gehe ich da auch mal hin. Obwohl, ja, ich gehe doch, Dusty. Ja, jetzt bin ich viel zu weit oben. Ja, hier sind auf jeden Fall ein paar gelandet. Und so, da liegt eine Waffe. Der hat ja gar nichts gecheckt. So, kurz den Chak-Chak trinken. Da kommt auf jeden Fall der nächste. Ich bin besser auf Asien-Servern als auf Europas-Servern. Ne, Spaß. Aber irgendwie immer nachdem man schießt, denkt man, das war kein Hit. Aber dann erst zwei Sekunden später wird Schaden angezeigt. Ah, ich habe ja noch ein Mini. So. Warte. Hä? So, der nächste down. Also, wenn ich den jetzt noch hole, ne? Ja, ne, der ist gar nicht so schlecht. Was? Okay, der holt mich jetzt auch safe. Ja, der hat uns gar. Ey. Also, kann ich auch mal down gehen? Was hat der denn gemacht? Oh. Unter mir ist auch einer. Junge, was macht ihr denn? Ich habe einfach sieben Kills. Ja, okay. Aber der holt mich safe. Na gut. Na, der ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Zwei Kills. Alter, ich bin so gespannt, was die hier können. So. Was macht der jetzt? Okay. Komm, push ihn. Oh. Okay, der Gegner hat auf jeden Fall kein Schild mehr. Ah, jetzt hat der wieder viel. Der andere ist aber auch nicht schlecht. Komm, Maronaka. Schaffst du. Okay. Junge, er ist ja nur am Farmen. Ich will jetzt Action sehen. Ah, da ist ja nicht der Gegner. Okay. Zwei Hit hat der auf jeden Fall schon mal. So, Maronaka hier am Puschen. Okay. Bauen muss er vielleicht noch mal ein bisschen üben. Okay. Was hat denn der Gegner gemacht? Der war einfach nur rumgestanden und hat mit deiner Minigun gesprayt. Ey, er sitzt seit fünf Minuten in seiner Turtle und macht einfach nichts. So, kommt jetzt noch was? Ey, es ist so langweilig. Okay, es ist nur noch er gegen den Roboter. Aber der Roboter weiß nicht, wo er ist. Ja. Also, die Season ist halt so geil, ne? So, nächste Runde und... Oh, da ist sogar ein schwarzer Ritzer. Hm. Okay, damit es diesmal nicht so langweilig wird, würde ich sagen, lasse ich mich direkt töten. Jawohl, die Combat nehme ich doch mit. Sehr gut. Legion Riesan. Schon drei Kills. Okay. Wo zielt der hin? Da ist doch niemand. Unter ihm ist einer. Neben dir ist einer. Neben dir ist doch einer. Uh. Der Herrschotter hat gesessen. So, heute können wir jetzt mehr. So. Psychopomp. Sein erster Kill. Okay, er geht auf jeden Fall direkt aggressiv hier rein. Direkt zum nächsten Fight. Jetzt. Jetzt. Oh, anonym. 289. Warum haben alle diesen einen Backpack? Den habe ich noch nie gesehen. Er sieht ihn nicht. Ja, doch. Ja, der Gegner hat sich zwar jetzt nicht gewehrt, aber okay, anscheinend will er den Roboter jetzt haben. Okay, er ist jetzt auf jeden Fall im Roboter unterwegs. Komm, hol ihn dir. Was soll der andere auch machen? Ey, der Roboter ist ja so unfair. Oh, er hat den unten geholt. Oh. Der Sniper war echt gut. Okay, er fightet, glaube ich, irgendeinen anderen Fisch. Komm, du kannst ihn snipen. Oh. Alter. Okay, wenn er den holt, dann hat er 10 Kills. Was? So, nehmen wir ihm den nächsten Gegner. Na gut, der schickt gar nichts. Das sind auf jeden Fall gute Shots. Der ist auf jeden Fall gut. Alter, der war knapp. Komm, hol ihn dir. Er hat doch noch eine Impulsgranate. Ich bin ja ganz einfach in die Zone. Oh. Und sein nächster Kill. 12 hat er schon. Drei Hits. Ja, komm, du skriver inte. Ich glaube, der wird ihn Trickshotten. Nein. Ey, das kann er jetzt nicht verlieren. Hat er nicht gemacht. Er ist auf jeden Fall heftig. 14 Kills. Win. Also, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Create your code, eigentlich nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.